Da kommen 5 Rehe, Isi steht davor. Können wir sehen. So nicht. So eine Sonne. Eins ist eben schon auch aus dem Wald gekommen. Das ist die Omiwomi. Irgendwie riecht es hier interessant. Jetzt bleiben die auch noch stehen, ey. Jetzt kommen sie doch auf uns zu, oder was? Isi ist schon in H8 Stellung. Jetzt stehen sie da. Noch ein bisschen. Wollen wir weiter gehen? So, die beiden gehen wir mal weiter. Jetzt gehen sie noch nicht mehr weiter. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob die gerade herkommen. So, ist das völlig egal den beiden. Manchmal ist sie allerdings auch den Drive dahinter her zu wollen. Ist aber Gott sei Dank nicht mehr ganz so schlimm wie. Im zweiten Lebensjahr hat er mehr Druck gehabt. Also, ja, irgendwie so. Als es mir vor zwei wurde. Die Reifen auch. Vielen Dank. Herzlichen Dank.